Bayern schreckt vor dem Finale der Klub-WM am Donnerstag, 19 Uhr, live bei BILD. Lesen Sie auch mit Reif, Alton und Lahm so läuft der Finaltag bei BILD, der große Finaltag bei BILD. Die Bayern greifen am Donnerstag nach ihrem Titel, spielen das Finale der Klub-WM in Katar. Finale der Klub-WM auf diese vier müssen Sie achten, es könnten historische Momente werden, die BILD-Donnerstag überträgt. Auf diese vier Spieler müssen Sie beim Finale besonders achten. Die Bayern befinden sich seit Samstag in Doog. Bei der Einreise waren noch alle Profis negativ getestet worden. Leon Goretzka, 26, und Javi Martinez, 32, waren in München geblieben, weil sie sich bereits vorher mit dem Virus infiziert hat, dass die beiden fürs Final nachreisen. Schloss-Trainer Hansi Flick, 55, nach dem 2 zu 0 im Halbfinale gegen Al-Ali, Ägypten. Auch interessant, 40 Tore in einer Saison. So denkt Lewandowski über den Müller-Rekordquelle TV-Teilend.